Warum wird in Deutschland beziehungsweise im Westen die Gefahr aus China, vor allem in der vermeintlichen Spitzenpolitik scheinbar so massiv unterschätzt, militärisch, politisch, wirtschaftlich? Der letzte Punkt, weil wenn die deutsche Autoindustrie nicht mehr nach China exportiert, das sollen andere ausrechnen, aber ich glaube, dann bricht in Deutschland Massenarbeitslosigkeit aus, das BIP bricht um, ich weiß nicht, ob es sogar zweistellig einbricht. Das wäre ein Tiefschlag sondergleichen gegen die deutsche Wirtschaft und damit auch gegen die Stabilität der Regierung, damit gegen die Stabilität des Landes und das will man vermutlich um jeden Preis vermeiden. Denn ich glaube nicht, dass in der Bundesregierung alle naiv sind. Ich glaube, sie machen eine Abwägung und das mag die Falsche sein und ich glaube, es ist die Falsche, aber es ist besser für den Moment erst mal Geld zu verdienen, die Wirtschaft am Laufen zu halten, die Bevölkerung zufrieden zu halten, die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten, die Steuernahmen hoch zu halten, als sich darüber Gedanken zu machen, ob wir in zehn Jahren der Feind, die Chinesen dann möglicherweise ein militärischer Kontrahent sind. Für den Moment ist das nicht das Problem, denn wenn die Bundesregierung jetzt harte Maßnahmen gegen China macht und die Massenarbeitslosigkeit eintritt, dann kommt der politische Gegner an die Macht und so weiter. Und das sind Faktoren, die halt in der Demokratie mitbestimmt sind. Das ist einer der Nachteile der Demokratie, wenn man so will, dass solche Maßnahmen eben kostspielig sind. Wir haben das bei Gerhard Schröder gesehen. Der hielt es für notwendig, die Agenda 2010 durchzusetzen. Und das hat die SPD von der Volkspartei zu einer Kleinpartei gemacht. Davor hatte die SPD Chancen auf über 40 Prozent der Stimmen. Wann hat die das illusorisch heute? Nicht nur, dass er die SPD gedrittelt hat im Prinzip damit. Er hat die PDS, die eine Partei war, die nur durch Direktmandate von irgendwelchen Ossi-Ostalgikern in den Bundestag kam. Die hat er mit der WSG, die sich von der SPD ausgegliedert hat, zu einer Partei gemacht, die über fünf Prozent regelmäßig dann gekommen ist. Da sehen wir die direkte Konsequenz aus einem politischen Handeln, wo jemand etwas für nötig hält, was die politische Basis angreift und den Wähler verärgern kann. Und das haben wir dort direkt gesehen. Und das ist, da können wir jetzt darüber diskutieren, ob die Entscheidung richtig war und so weiter und so fort. Aber das hat Gerhard Schröder gemacht. Und das war erwartbar, dass das eine Reaktion sein wird. Und dann fragen sie sich, welche der Regierungsparteien jetzt willens ist, selbst wenn sie die Gefahr erkennen. Nehmen wir mal an, die FDP erkennt diese Gefahr und schafft es, das durchzusetzen. Die FDP wird so schon darum kämpfen müssen, wieder in den Bundestag zu kommen. Glauben Sie, dann kommt sie noch in den Bundestag? Man könnte sagen, vielleicht, weil diejenigen, die FDP wählen, dann mehr FDP wählen würden. Aber dann würden vielleicht die Grünen bei sechs Prozent sein und die wollen lieber bei zwei, fünfzehn Prozent sein und so weiter und so fort. Das sind halt die Konsequenzen daraus. Das ist halt eine Schwäche der Demokratie, dass man immer bis zur nächsten Wahl denkt, weil auch die Möglichkeit besteht, immer wieder gewählt zu werden. Und das wollen natürlich Politiker, weil sie weiter gestalten wollen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.